Willkommen beim Lichtblitz von Watt24. Neues und wissenswertes zum Thema professionelles Licht und rund um unseren Online-Shop. Und gleich zu Beginn wollen wir Ihnen unser HCL Panel Set vorstellen. HCL, also Human Centric Lighting, bedeutet, dass die Lichtfarbe der Leuchten sich dem natürlichen Tagesverlauf anpassen. Wenn Sie mehr über HCL erfahren möchten, haben wir für Sie zu diesem Thema ein kurzes Video auf unserem Kanal. Bei vielen bestehenden Systemen ist die Einrichtung und Installation sehr komplex. Deshalb haben wir für Sie ein Set zusammengestellt, das Sie per Plug-and-Play installieren können. Einfach zusammenstecken und los geht's. Die Steuerung des biologischen Lichts erfolgt dann über die Casambi App. Also schnell eingerichtet und danach vollautomatisch. Das Set gibt es wahlweise mit vier oder sechs Paneln und natürlich allem notwendigen Zubehör. Den Link zum Set finden Sie hier oder alternativ unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu unserem Praxistipp. Sie kennen das sicher auch. Sie haben gerade eine neue Leuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter installiert. Da bei der Einstellung des Dämmerungsschalters aber meistens keine konkreten Werte stehen, haben Sie ihn einfach mal nach gut dünken eingestellt. Dann bemerken Sie abends, dass er erst einschält, wenn es Ihnen schon zu dunkel ist. Und hier ist unser Praxistipp. Sobald die Dämmerung eintritt und die gewünschte Einschalthelligkeit erreicht ist, drehen Sie so lange am Einstellrädchen des Dämmerungsschalters, bis die Leuchte einschaltet. Und schon haben Sie die gewünschte Einschalthelligkeit ein für alle Mal eingestellt. Kommen wir nun zum Produkt der Woche aus unserem Shop. Dem Lunatone Lichtmanagement Universaldimmer DALI PD300U. Dieser DALI-Konverter von Lunatone ermöglicht es Ihnen, Phasen- und Phasenabschnittsdimmbare Leuchten in ein DALI-System einzubinden. Dabei kann er eine Leistung von bis zu 300 Watt abdecken. Der Universaldimmer kann wie jeder andere DALI-Teilnehmer in ein bereits bestehendes DALI-Netzwerk eingebunden werden. Den Link zum Lunatone Universaldimmer finden Sie hier. Oder alternativ unten in der Videobeschreibung. So, das war's für heute. Im nächsten Lichtblitz stellen wir Ihnen unser Eiko Bewegungsmelder-Set vor und haben natürlich wieder einen Praxistipp für Sie. Und falls Sie eine Idee haben, was Sie in einem der nächsten Videos hier sehen möchten, schreiben Sie es einfach unten in die Kommentarleiste dieses Videos. Und um keine weitere Folge mehr zu verpassen, abonnieren Sie am besten jetzt gleich kostenlos unseren YouTube-Kanal. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Lichtblitz. 3 1 1 1 1 2 2 1 2